Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Nein, was ist das? Ja, es ist ein Video und ein Vlog, Leute. Was geht ab? Willkommen zum neuen Vlog auf meinem Kanal. Leute, Leute, ihr müsst die Maria Nacht, ihr Textabonnenten, die müsst ihr folgen. Die müsst ihr auf jeden Fall abonnieren, Leute. Ihr müsst die abonnieren, bitte, bitte, bitte. Leute, das ist nämlich Josefine. Josefine, wenn du gerade das siehst, Kuss geht raus. Und ja, Leute, ihr müsst Maria Nacht bitte abonnieren, Leute. Bitte, 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 bitte. Ihr könnt auch gerne auf Pause machen. Paul Werger abonnieren. Umut Azi auf jeden Fall abonnieren, Bruder. Hier ist Ehrenmann, wenn er das sieht. Der Kuss geht raus. Lüpex habe ich jetzt nur so abonniert, weil er gut Soundbots macht. Jundinabu, iCrimic auf jeden Fall. Leute, ich habe so nach Abonnenten gesucht, Bruder. Ja, dann muss ich einfach dem mal Dings gönne. Ja, Leute. Fizika Barca, Barca, checkt ihn auf jeden Fall ab. Ehrenbruder Barca, gönnt ihn Abo. Sportschau auf jeden Fall, da ich manchmal Pokal spiele oder Bundesligaspiel oder so. Sonst habe ich auch nicht keine Abonnenten, ne? Leute, ihr müsst alle Ash abonnieren, Bruder. Er ist so ein geiler YouTuber. Ich gönne das. Ich gönne alles ihm, Digga. Ja, das sind auf jeden Fall meine Videos. Check, check, Leute. Heute, auf jeden Fall, Leute, was ich euch auf jeden Fall sagen wollte, ich werde heute leider kein Stream machen. Morgen, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich morgen streamen werde oder nicht, Leute. Ich werde vielleicht morgen ein Video machen, aber ich weiß noch nicht, ob ich ein Stream mache. Ich werde es dann ankündigen, ob ich ein Stream mache oder nicht. Ich weiß noch nicht, aber ich glaube, ich werde morgen auch kein Stream machen, weil ich mich erst mal erholen will von meinen Tagen, die, wo ich belästigt wurde und so. Ich würde mich erholen auf jeden Fall. Samstag, Leute, ich sage euch, Samstag, dann, Leute, 10 Stunden streamen wir. Wir streamen Samstag 10 Stunden. Ich kann es euch sagen. Wir streamen am Samstag 10 Stunden. Egal, ob ich dann der Stream ausgehe, dann werden wir nochmal einen neuen Stream anzeiten und nochmal 10 Stunden. Leute, weil ich habe Zeit, Jahrzeit, wann, hä? Also, gestern habe ich auch leider nicht gestimmt. Wie ihr schon wisst, am Montag habe ich, äh, habe ich da gestreamt? Habe ich am Montag gestreamt? Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, habe ich wirklich am Montag? Warte, das war gestern, gell? Da habe ich gestern ja, ähm, dieser, eine Vlog hochgeladen. Haben wir schon da jetzt einen Aufruf kurz gekauft. Dann die Info war auch gestern, dass da hier vor einen Tag. Das war, das war, war das, das war alles gestern? Nein, das war vorgestern, das war vorgestern. War das am Dienstag? War das wirklich am Dienstag? Hä? Leute, hä? Stimmt, ich kann, okay, das war, glaube ich, am Dienstagabend. Das hier. Das war auch am Dienstag, und das war dann auch am Dienstag in der Früh, Leute. Da war der Abend, Dienstag in der Früh kam ja das Update. Und ja, das war auch am Dienstag, Dienstag, ähm, war das auch Dienstag? Nein, ich glaube, das war Montag, das war Montag, glaube ich. Montag haben wir, habe ich auch nur 43, äh, 43 Minuten Stream gemacht. Also am Montag habe ich auch nicht lang gespielt, nur 43 Minuten da ist, aber auch nicht, mein Streamtag, Donnerstag auch nicht. Ähm, eine Stunde 28, Leute, ich habe am Dienstag gestimmt, weil ich oben ein dickes Update haben wollte mit euch, sonst habe ich eigentlich nicht gescheit gestimmt, Leute, dieser 7 Minuten Stream, da habe ich ja nur mich entschieden, die Pressekonferenz werde ich meinen Kanal löschen, die wird jetzt entschieden. Äh, das war ja kein richtiger Stream. Tut mir leid, das war, glaube ich, die Entschuldigung, da ich nicht gestimmt habe am Mittwoch. Und so, dann hat das kam, und das kam dann gestern. Und das war heute vor genau einer Stunde, checkt ab, das war vor 13 Minuten, und ja, jetzt wird, ähm, auf jeden Fall, das war Leute, ja Leute, also, tschüss, Shuri geht raus, Polly chillt da auch schon ganz gechillt, Polly, wie geht's so? Ich mag schlafen, verpiss dich. Ja Leute, da verpiss ich mich halt. Ähm, ja Leute, jetzt habe ich auch gecheckt, Leute, auf jeden Fall, ich sag's nochmal, checkt auf jeden Fall diese YouTuberin ab, Leute, die ist so ehrenhaft, die hat nur sechs Abonnenten, Leute, die tut mir so leid, Leute, checkt die bitte, bitte, bitte ab, Leute. Das war Josefine, kennt Josefine, checkt sie bitte, bitte, bitte ab, Leute, Maria nachreißt sie, bitte. Ähm, ja Leute, also, ähm, das war auf jeden Fall mein YouTube-Kanal, und, ja Leute, auf jeden Fall, ich hab, Leute, so ist chillier, den ganzen Tag, Leute, Rundiger, also Leute, das war's jetzt mit dem Video, checkt auf jeden Fall noch iCrymax-Livestream ab, ich weiß nicht, wo er ist, aber checkt auf jeden Fall, warte, ich geh jetzt, ich guck den Eger dann noch an, ja, boom, ne, boah, warum steht er denn hier nicht? Kimax, ja, das ist auf jeden Fall live, Leute, checkt ihn auf jeden Fall, auf ehrenuter Bus ab, Leute, gönnt ihnen auf jeden Fall ein Abo, Leute. Ja, geh mal rein. Ja, das war's auch jetzt auch von mir, Leute. Leute, ich hab mir überlegt, morgen, weil ich die letzten Tage werde ich morgen ganze eine Stunde streamen machen. Nein, jetzt nicht streamen, ich werde ganze eine Stunde ein Video machen. Also riesiger Vlog, Leute. Herzlichen Glückwunsch an euch drei, ihr seid im Finale. Und zwar kommt jetzt mal wieder mit in die Endzone. In der Endzone wird es wieder drei Boxen geben. Jeder geht in eine Box sein und ihr wisst, wie man ist. Ja, Leute, auf jeden Fall hoch rein, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Zeitvlog. Morgen kommt auf jeden Fall, ich werde heute nichts mehr hochladen. Und ja, Leute, auf jeden Fall, das war's mit dem Video, Leute. Morgen kommt auf jeden Fall 59 Minuten Video, Leute. Also eine Stunde eine Stunde im Video. Also es wird ein riesiger Vlog werden, Leute. Ich fand, weil ich die letzten Tage nicht gestützt habe, ist es eine Entschuldigung. Oh, drei Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch, Leute. Jeder stellt sich noch eine Box sein. Heute werde ich auf jeden Fall nichts hochladen. Und hier ist einmal Box 1, Person 1 steht in Box 1, Person 2 und Person 3. Jetzt möchte ich, dass ihr alle hinter euch an die Wand, ne bitte nicht hier an die Seite, hinter euch an die Wand, das Graffiti hinmacht. Hinter euch an die Wand, das Graffiti hinmacht. Und dann Tänze, Emojis, Sticker, alles ballert. Ja, Leute, drei Leute, tschüss. Dann bitte hinter euch an die Wand, damit man das besser für die Zuschauer sieht, ja.